Und dann können wir einfach, äh, unser Schmiedebuch bauen. Wir haben kein Basic Research Level 3. Wir sind so gut. Verdammt. Was machen wir denn jetzt? Hm. Wir können erstmal gucken, was unsere Skill-Punkte sagen. Äh, okay, okay, okay. Wir bringen ja eigentlich den Bogen noch. Moment, wir haben den Bogen. Hm. Also wir könnten mit Basic Research auf 3 gehen. Die Punkte hätten wir. Was haben wir denn hier noch? Hm. Ähm, ja, dafür werden wir überall Eisen brauchen. Und das geht nicht ohne Schmieden. Ja, kochen. Müssen wir schon besser kochen. Was kriegen wir denn beim nächsten Mal? Weiß keiner. Schön. Hier würden wir ordentlich was kriegen. Hilft uns aber nicht. Wo war denn das, ähm, Tailoring? Da haben wir das noch gar nicht gelernt. Mussten wir das über ein Buch lernen? Fragen über Fragen. War hier Tailoring bei? Ja, genau. Ah, da brauchen wir Pilze für. Dafür sollten wir dann jagen. Aber, na, wir machen, glaube ich, das Basic Research, damit wir das skillen können. Genau. Ohohoho. 125, der nächste. So. Das Schmiedebuch, bitte. Gut, dann würde ich sagen, bauen wir uns jetzt ein paar Pfeile. Ich weiß gar nicht, ob wir hier Pfeile bauen können. Ich will erstmal hier überall das Holz raus. Ja, können wir. So, da wir ein schlechter Jäger sind und kein Fadenkreuz haben, nehmen wir natürlich alle. Das wird jetzt im Moment dauern und derzeit können wir neues Holz holen. Wir können eigentlich direkt zum Baum daneben noch fällen und mitnehmen. Eigentlich wäre das cool, wenn der genau in die Richtung fällt. Aber hey, bei unserem Glück fällt er wahrscheinlich mir auf den Kopf und das Spiel ist vorbei. Für immer. Ja, er will mir auf den Kopf fallen. Oh, war gut. Kann man so stehen lassen, liegen lassen, wie auch immer. Und wir müssen uns dann um unsere Dingens kümmern. Agriculture. Allein schon wegen den Bären, die bald alle sind. Eigentlich total doof, dass ich das da oben gerade reinpacke, aber... Salz. So sinnvoll. Ups. Und so auch. So, gleich sind unsere... Oh, wir sind schon wieder fast voll. Ähm... Dann machen wir uns noch voll. Gehen nochmal zurück und dann werden wir erstmal noch ein paar Bären essen. Ich glaube, Bären sind momentan ganz gut. So, Essen. Aber viele haben wir halt auch nicht mehr. Könnten ja mal gucken. Oh Gott, ich muss erstmal die Items wegpacken, die wir hier von unserem super tollen Karrengelöt kriegen. Hallo? Danke. Was ist denn ganz unten? Proteine und Vitamine. Na gut. Hey, wieso? Sind die da drin? Die sollten da nicht rein. Das hier sollte da rein. So. Ich weiß gar nicht, wo wir, ähm, eine Hacke herstellen können. Ah! Hallo. Hacke. Board und 0 von 0 Steine. Alles klar. Also brauchen wir nur drei Boards. Ähm. Das heißt, wir brauchen das Holz von hier. Hier. Nein, weil wir brauchen ja Bretter. Hahaha. Wir sind so gut. Mh, darf ich da gerade was machen? Dann packen wir die hier rein. Machen hier ein paar Bretter. Genau. Machst du mal 10. Dann kriegen wir 20 Bretter raus. So viele brauchen wir zwar nicht, aber haben ist besser als brauchen. Geht's dir nicht gut, oder? Komm her! Ah. 1,6 Damage. Wir könnten die Axt noch verbessern. Mh. So. Was die nächsten Level machen, steht halt nicht bei. Aber hier würden wir nochmal Damage draufkriegen. Für fünf Punkte. Mh. Mh. Ach komm. Dann machen wir jetzt vielleicht schon zwei Schaden. Ah. Zwei Schaden. Vielleicht. Selbst Erde fehlt hier. Euer Ernst. Die klauen einem hier alles. Ich möchte jetzt so ein Tier hauen. Komm her. Irgendwer. Oder ist Mais. Mh. Gibt's ja eigentlich auch Bisons. Bisonse. Ja. Bleibstehen. Nein. Ich hätte es nicht laut sagen sollen. Haha. Ja. Er hat ja nichts dabei. Wunderbar. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Aber wir machen immer noch nur 1,6 Damage. Die laufen alle weg vor uns. Was bringt denn hier so rote Beete? Vitamine und Carbs. Vielleicht können wir die für irgendwas verkochen später. Was müssen wir dann gucken? So. Auf jeden Fall müssen jetzt unsere Pfeile fertig sein. Ah. Verdammt. Vorher müssen wir hier ran. Die Bretter nehmen. Da ran. Dann möchte ich so ein Ding bitte haben. Dauert 3 Minuten. Alles klar. Dann packen wir die Bretter hier erstmal wieder rein. So. Dann möchte ich die Pfeile haben. So. Dann tauschen wir das mal. Dann nehmen wir uns den Bogen und werden wahrscheinlich nichts treffen. Ja. Perfekt daneben geschossen. Ich sehe schon. Wir werden vielleicht 2 Pfeile von allen treffen. Kommt der Ihnen genau in den Kopf. Aber über den Superschuss. Und noch mal. So. Kann man da wieder hinlaufen? Musst du so weit wegsterben? So. Haben wir noch was in der Nähe? Ja. Da oben natürlich. Ne. Da hinten ist noch einer. Oh. Hallo. Oh nein. Es hat geleckt. Es ist weg. Ah. Unsere Schießkünste sind so perfekt. Hält das stehen. Bitte. Hallo. Bleibst du stehen? Natürlich nicht. Die sind schlau. Die laufen im Zickzack. Ach. Ich bin einfach nur zu blöd zum Treffen. Glaube ich. Ja. Ja. Kein Problem. Ich glaube wir haben schon wieder viel zu viele Pfeile verschossen für nichts. Aber hey. Ja. Jetzt müsste ich nur noch rausfinden. Wahrscheinlich am Butchery Table. Dann müssten wir Butchery als nächstes lernen. Ach. Den Hasen kriege ich nicht. Kann man das abbrechen? Ja. Einfach was anderes nehmen. Gut. Ah. Wo sind wir? Hallo. Auf jeden Fall müsste unsere Hacke jetzt fertig sein. Das heißt wir können uns dann gleich mal mit Feldweil so ein bisschen beschäftigen. Am besten machen wir das vor dem Haus so beim Lagerfeuer in der Nähe. Aber dann brauchen wir wahrscheinlich auch wieder Wasser irgendwo her. Ich denke mal das wird nicht anders sein. Aber ich kriege mal Wasser. Dafür bräuchten wir wahrscheinlich einen Eimer. Ich weiß gar nicht. Können wir einen Eimer ohne Eisen bauen? Hat er getroffen? Hat er getroffen? Den nicht. Doch den auch. Aha. Kein Problem. Jahrelange Übung. Wir haben auch noch Kohle. So. Das Problem ist. Wir haben ja einen liegen lassen. Verdammt. Ähm. Was wollte ich denen sagen? Was ist denn das Problem? Ich weiß es nicht mehr. Hm. Wer weiß. Auf jeden Fall haben wir ein Problem. Was kann dieses andere Gelüt? Das hier. Achso. Temperatur 14,1. Mhm. Mhm. Alles klar. Dann testen wir das doch mal. Hacke. Ich habe zwar hier noch keinen Regen gesehen, aber... Wer weiß. Wieso verschwindet das Gras nicht? Müssen wir das erst weg machen? Oh Mann. Müssen wir jetzt erst Rasen mähen. Super. So. Dann brauchen wir nochmal die Hacke. Nein, es geht immer noch nicht. Müssen wir nochmal Rasen mähen? Nein. Es geht einfach nicht. Warum geht das nicht? Nee. Es geht wirklich nicht. Dann machen wir das anders. So. So. Wenn das Gras halt nicht so will wie ich, dann mache ich wie ich will. Das Gras ist da übrigens immer noch drauf. Das ist einfach da geblieben. So. Jetzt aber. Gut. Ähm. Dann brauche ich mal bitte meine Mighty Bear hier. So. Gut. Dann hoffen wir mal, dass es wächst. Oh. Hier füllen auch die ganzen Rampen. Alles klar. Hm. Das Spiel zerfällt. Aber. Was halt noch gar nicht ist, ist, dass hier irgendwas beim Stein zerfallen ist. Das ist alles noch schön. Also sollten wir das wahrscheinlich wirklich mit Stein bauen. Wir müssen mal hier dieses Feld weg machen. Das nervt. Ähm. Butchery, Skillbook. Dafür brauchen wir einen Hasen. Aber das hatten wir noch nicht, ne? Oh, wir hatten was schon gelernt. Das liegt nämlich nach unten. Und eigentlich packe ich die hoch, wenn ich was lerne. Haha. So. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht. Ähm. Butchery. Also wir brauchen einen Hasen irgendwie. Wir werden niemals einen Hasen kriegen. Oh. Hm. Hm. Aber wir werden es natürlich versuchen. Machen wir das jetzt? Eigentlich könnten wir das jetzt machen. Ich habe da hinten irgendwo Hasen gesehen. Dann versuchen wir mal einen zu kriegen. Hase. Komm zu mir. Hm. 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 Löcher im Berg. Naja. Hat man auch bei anderen Spielen. Kleine Ladefehler.